Hey Tobi Hey Moritz Warst du jetzt schon mal auf YouTube? Nee Alter du hast ein Abonnent Ich verarsch mich Nein! Ohne Scheiß ich hab vorhin geguckt du hast einen Abonnenten Tobi Das ist doch schön Es ist gut Ja es ist gut aber Beruhig dich doch Einmal noch auf Twitter Ich bin bereit Ok Dann leg los Ich kann nicht Du musst dir vorstellen Da schaut Du hast ein Abonnent Da schaut dir jemand zu Du musst ihm aber auch in die Augen gucken Du musst hier in die Linse Aber ich weiß nicht was ich sagen soll Das ist so viel Verantwortung Wie wärs mit Hallo pscht Entschuldigung Tut mir leid Hallo treuer Zuschauer Es berührt mich tief Ich scha- Ich scha- Ich scha- Oh mein Gott Ich hab festgeschafft. Komm schon. Komm schon. Ich kann das nicht. Ich hör auf mit YouTube. Du hast doch jetzt schon so viel erreicht. Ja, ich weiß, aber... Das kannst du nicht machen. Es geht darum, ich hab mir das nicht ausgesucht. Du kannst das jetzt nicht abbrechen. Ich hab das nicht verdient, nee. Das ist ein Vorgang, der jetzt gestartet wurde, den kannst du nicht mehr aufhalten. Dieser Schneeballprinzip. Ja. Der eine Abonnent, der entwickelt sich gleich mal zu zwei Abonnenten. Stell dir mal vor, du hast zehn Abonnenten, zehn Leute, die deine Videos schauen. Das ist unvorstellbar. Das ist fast eine halbe Klasse. Ein halber Klassensaal voller Menschen und die schauen deine Videos. Das kannst du nicht handeln. Vor allem stell dir mal vor, du machst ein Fantreffen. Und dann kommen zehn Menschen. Das haust du ja nicht aus, ne? Das wäre volle Bude. So, es läuft wieder. Du kannst jetzt die Verabschiedung machen eigentlich, wenn du willst. Läuft's? Ja, es läuft. Wieso? Was machst du denn? Tobi? Tobi? Tobi. Tobi.